Auf den ersten Blick sieht es hier aus wie in jeder Gärtnerei. Pflanzen, soweit das Auge reicht. Aber Nützlingszüchter Peter Katz freut sich hier nicht über gesunde Blätter, nein, er schaut nach, ob genug Schädlinge da sind. Überall krabbeln weiße Fliegen. Und das ist gut so, denn von der weißen Fliege lebt einer der Nützlinge, die hier gezüchtet werden. Hier sieht man die Enkarsia, das ist eine Schlupfwespe, die die weiße Fliege parasitiert. Und ja, das ist schon der absolute Killer, die parasitiert nicht nur die weißen Fliegennympfen, sondern die frisst die auch regelrecht auf. Ja, und da hat man einen sehr guten Bekämpfungseffekt mit dem Tierchen. Die befallenen Fliegenlarven färben sich schwarz und können dann gut gesammelt werden. Aus ihnen schlüpfen später neue Schlupfwespen. Eine Mitarbeiterin klebt die schwarzen Kügelchen auf Pappanhänger und gibt sie später in den Versand. Nützlingszucht ist arbeitsintensiv und jeder hier braucht besondere Talente. Man muss sich hineinversetzen können in die Zuchten, wenn sich da was verändert, muss man darauf reagieren können. Man darf sich nicht scheuen vor den Insekten, denn es sind teilweise halt auch kleine Milben, die nicht jedermanns Sache sind. Insgesamt elf verschiedene Nützlingsarten züchtet die Firma Katz Biotech in den warmen Hallen in Barut. So zum Beispiel Schwebfliegen, die sonst keiner in Deutschland anbietet. Ihre Larven reisen bis nach Holland, um dort Blattläuse in Paprikakulturen zu bekämpfen. Auf diesen Kartoffeln vermehrt sich der tropische Marienkäfer Chilocorus. Er schafft es, Löcher in die harten Panzer von Deckelschildläusen zu fressen und sie so zu dezimieren. Auch der australische Marienkäfer ist ein gefragter Nützling. Seine weiße Larve frisst Wollläuse und sieht selbst ein bisschen so aus. Eine der besten Blattlausbekämpferinnen, die hier gezüchtet werden, ist die Florfliege. Die erwachsenen Tiere leben in Glasbehältern und legen ihre Eier auf den Papierdeckeln ab. Die Eier werden gesammelt und verschickt und meist schlüpfen die ersten Larven schon auf dem Postweg. Sie brauchen dann schnellstmöglich Blattläuse. Ansonsten betreiben sie Kannibalismus, das heißt sie saugen sich gegenseitig aus oder fressen sich halt eben auf. Und dann haben sie natürlich keine große Ausbeute. Ob Profi- oder Hobbygärtner, jeder kann sich hier beraten lassen oder auch seine Schädlinge zur Bestimmung einsenden. Die Nützlinge selber werden alle per Post ausgeliefert und können dann am Zielort gleich wieder ihrer Aufgabe nachgehen. Schädlinge dezimieren.